Freude, Liebe, Begegnung oder die unendliche Schöpfung. Jeder Mensch kennt es, wenn er einigermaßen aufmerksam ist, sich selbst gegenüber und der Welt gegenüber. Man empfindet immer wieder Freude, wir empfinden immer wieder Freude, anlasslose Freude aus der schieren Wahrnehmungsbegegnung heraus. Wir sehen eine Farbe, das ist ein Grün, ein Blau, ein Rot, was auch immer die Farbe ist. Und wir freuen uns einfach, weil wir diese Farbe wahrnehmen, weil die Farbe irgendetwas meistens implizit unterbewusst in uns auslöst, uns mit etwas verbindet. Oder da ist ein Mensch und vor dem hatten wir Angst und dann steht dieser Mensch vor uns und wir fangen unwillkürlich an zu lächeln und empfinden Freude. Und da sind wir schon in der Begegnung. Es gibt unzählige Augenblicke in unserem Leben, die immer wieder Freude schöpfen. Durch unsere schiere Präsenz und die Präsenz der Welt, die uns begegnet. Es ist unvermeidlich, dass wir Freude empfinden. Natürlich ist Freude ein Bestandteil von Liebe. Ich nenne es mal ein Bestandteil von Liebe. Das heißt, wir freuen uns bedingungslos, anlasslos und wir wissen ja von der Liebe, dass sie auch bedingungslos ist. Und wir glauben natürlich oft, Freude und Liebe, den muss ich mir verdienen. Und da muss ich etwas dafür tun. Die Wirklichkeit ist, dass wir dafür gar nichts tun müssen, sondern dass sie immer wieder entsteht. Wenn du mal darauf achtest, diese vielen, vielen Anlässe und Augenblicke im Verlauf eines Tages, wo du dich freust. Du freust dich einfach. Wieder diesen Menschen begegnet zu sein. Wieder an einem bestimmten Ort zu sein. Etwas zu essen, wenn du auf dem Klo sitzt. Also bei allen, eigentlich allen Dingen in unserem Alltag können wir entdecken, dass da ein Freudepotenzial immer wieder grundlegend ist geradezu. Ein grundlegendes Freudepotenzial. Es gibt kleine Freuden, große Freuden, es gibt erlösende Freuden und all das. Aber Freuen ist unausweichlich, wenn man es wirklich bemerkt und endlich wirklich durchblickt in seinem lebendigen Alltag. Und natürlich wissen wir dann, dass die Freude mit Liebe zu tun hat und dass die Freude ein Bestandteil von Liebe ist. Das ist die Liebe, die wir empfinden. Das ist die Liebe, die uns durchdringt. Das ist die Liebe, zu der wir immer wieder zurückkehren. Das ist die Liebe, die unausweichlich ist. Und all das. Und das hat natürlich dann mit dem Dritten mit Begegnung zu tun. Liebe und Freude entstehen durch die Begegnung. Und Begegnung ist unvermeidlich, ob ich mir mit mir selbst, mich mit mir selber begegne, mit anderen Menschen begegne, draußen bin und Gott weiß, was an Begegnung stattfindet. Jegliche Begegnung, jegliches Begegnungspotenzial schöpft Freude und damit Liebe. Und das ist etwas Grundlegendes und eigentlich Grundeinfaches in unserer Existenz. Das lässt uns unsere Lebendigkeit, unser Dasein spüren und vollziehen. Und damit wirkt eben alles. Und daraus, aus all dem, aus diesen drei so einfachen Dingen, resultiert dann so etwas wie eine Schöpfung. Ein Schöpfungspotenzial, das wir selbst bedingen, das wir selber schöpfen, das von jemand anders geschöpft wird, das von etwas Umfangreicherem geschöpft ist und so weiter. Also all die Dinge, die sich begegnen und wahrnehmen, schöpfen stets etwas miteinander. Aus jeglicher Begegnung entsteht irgendetwas. Eine Inspiration, ein Kind, eine Absicht und alle möglichen Dinge, die dann die typischen Anlässe von Leben sind. Und daraus schöpft sich etwas, nicht? Dann schöpft sich daraus eine gute Absicht, dann schöpft sich daraus eine Familie, dann schöpft sich daraus ein Plan für eine Berufsfindung, also für eine Existenz, in der man sich zufrieden fühlt und so weiter und so weiter. Also etwas grundlegend Einfaches und Wiederkehrendes und eigentlich ewig Daseindes. Das ist unvermeidlich, dass wir Freude empfinden durch unsere schiere Wahrnehmung, wenn wir die Augen aufschlagen, wenn wir riechen, wenn wir sehen, wenn wir empfinden, wenn wir intuieren, wenn wir Gedanken haben, wenn wir etwas schreiben und so weiter. Und das hängt natürlich mit Liebe zusammen oder das ist eben die Liebe, die sich dadurch manifestiert und zeigt und sie zeigt sich ja in allen Ecken und Enden. Und das ist letztendlich ein ganz großes und wesentliches Begegnungspotenzial, in dem wir immer wieder existieren.